Herzlich Willkommen zum Oberbank Treasury Markets Flash. Die Geschwindigkeit der Impfkampagne in der EU wurde in den vergangenen Wochen an den Märkten wieder genau beobachtet. Weitere Lockdown-Verschärfungen belasteten ja die Risikostimmung. Die Ankündigungen der EU-Mitglieder, die Impfdosen gerecht über ganz Europa zu verteilen, haben aber die Märkte zum Wochenende hin in einen leichten Höhenflug versetzt. Abseits von den Impfkampagnen führte die Havarie der Ever Given zu einer Blockade des Suezkanals. Dies führte bis in die frühen Montagmorgenstunden zu einem Stau, in der für den Welthandel so wichtig Mehränge. Der wirtschaftliche Schaden, der sich durch die Lieferverzögerungen ergibt, beträgt 400 Millionen US-Dollar in der Stunde. Jedoch sollten die Ölmärkte nicht allzu sehr von diesem Ereignis betroffen sein, da nur ca. 4% der Öllieferungen durch den Suezkanal laufen. In den vergangenen Wochen sind durch die anziehende Konjunktur die Rohstoffpreise wieder gestiegen. Diese unterstützte Rohstoffwährungen wie den russischen Rubel. US-Sanktionen haben aber in der letzten Handelswoche wieder zu Rubelverkäufen geführt. Der mittelfristige Ausblick für den Rubel bleibt aber aufgrund der globalen Nachfrage nach Öl und Rohstoffen positiv. Dennoch ist Vorsicht geboten, da der Rubel auch auf geopolitische Risikofaktoren sehr volatil reagiert. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass Währungen aus Schwellenländern in Märkten mit einer Risk-On-Stimmung eher gekauft werden, da jene Volkswirtschaften in einem guten Konjunkturzyklus höhere Wachstumsraten verzeichnen können als Industrieländer. Sollte sich das Infektionsgeschehen in der zweiten Jahreshälfte beruhigen, könnten die Märkte wieder in eine Risk-On-Stimmung verfallen. Dies würde die Schwellenländer Währungen weiter unterstützen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ihr Florian Gitzberger